Willkommen zurück. Wir haben es endlich mal wieder geschafft in die Natur uns aufs Bike zu begeben. Es war gerade einfach stressig, zwecks Arbeit und alles sonst noch. Deswegen heute sind wir wieder am Start. Schön im Winter. Wir hatten eigentlich einen Plan Sprünge zu springen. Das hat nicht funktioniert. Deswegen haben wir die Kamera gar nicht angemacht. Das war total bescheuert. Bei 20 cm Schnee, wo noch kein Mensch gefahren ist, über Sprünge zu heizen. Das funktioniert einfach nicht. Das können auch wir nicht. Nein, bei gutem Willen. Deswegen sind wir jetzt hier noch auf ein paar Trails unterwegs. Werdet ihr das gleich sehen. Ich würde sagen, es wird ein lustiges Winter Wonderland. Heute ohne Joey´s. Außer wir. Wir sind natürlich da. Wir wünschen euch viel Spaß bei lustigen Szenen, Slow Mo Action und Stürzen. Was sonst noch alles passiert. Also viel Spaß mit dem Video. ist es bereit. Ich würde sagen, das Video fängt gut an. Das hast du super gemacht, Patrick. Super, oder? Hier ist der Übel-Täter. Hört ihr es auch schon? Ich auch. Verlag eine Wurzel im Wald. Wenn ich das nur zwei mal mache, dann haben wir Bahn 2. Hört ihr es auch schon? Oh! 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 Servus! Oder auf Wiedersehen. Kurze, aber sehr sehr spaßige Runde hier im Schnee. Wie ihr gesehen habt, es ist verdammt rutsig, verdammt glatt. Ja. Aber es war mega spaßig. Selbst der Sprung hier hinten habt ihr jetzt noch zum Schluss gesehen. Mega lustig. Hier kommen wir definitiv, wenn es trocken ist und kein Schnee mehr liegt noch mal hin, dann machen wir eine fette, fette Weitsprung-Fashion. Drei Meter sind ja locker drin. Mehr sogar. Drei? Du hast die Null vergessen. Du Null. Drei. 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 Ja, genau. Also, es ist heute. Nächste Woche wieder dabei. Da kommt... Ich weiß es gar nicht. Wir können mal wieder ein Win or Fail machen. Ja. Also, nächsten Sonntag kommt Win or Fail. Wir haben so viele Clips mittlerweile eingeschickt bekommen, also es ist einfach nur noch massig. Wir kommen gar nicht mit daher, die alle zu verfilmen. Also seid gespannt. Es sind hoffentlich wieder sehr lustige dabei. Und bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.